Mein Name ist Axel Elmer, Niederlassungsleiter der GeoDigital GmbH in Düsseldorf. Die GeoDigital entwickelt als einer der führenden Anbieter von Planungs- und Entwurfssystemen Softwarelösungen für die Planung des effizienten öffentlichen Personennahverkehrs. Wir stellen hier unsere Produktlinie Geopack vor, die hauptsächlich ihren Einsatzkreis im Bereich Verkehrsbetriebe und Planungsingenieurbüros findet. Und dort eben eingesetzt wird. Die Entwicklung dahingehend, dass also auch mit unserem System mit der Produktlinie Geopack Punktwolkenverarbeitung erfolgen kann, sprich mit dem Laserscanner Daten aufgenommen werden, die dann mit unserem System weiterverarbeitet, moduliert werden können, um dann dort auch eben Tunnelwandüberprüfungen oder aber eben Lichtraum- und Hüllkurvenberechnungen durchführen zu können. Also bedingt durch die intensive Zusammenarbeit mit großen deutschen Verkehrsbetrieben beziehungsweise Planungs- und Ingenieurbüros gewährleistet der Einsatz unserer Produktlinie Geopack ein hohes Maß an Praxistauglichkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.